Du möchtest mit dem Intervallfasten starten und fragst dich, was du trinken kannst, ohne dabei die gesundheitlichen Effekte zunichte zu machen, beziehungsweise das Fasten zu unterbrechen. Genau die Frage möchte ich heute beantworten. Ich stelle dir Getränke vor, die du bedenkenlos zu dir nehmen kannst und zeige dir auf der anderen Seite, wovon du eher absehen solltest. Deshalb bleib auf jeden Fall dran. Zunächst aber erstmal eine kurze Definition zum Intervallfasten, für die, die sich darunter noch nicht so viel vorstellen können. Beim Begriff Fasten denken die meisten daran, für ein oder für mehrere Tage komplett auf Nahrung zu verzichten, also einen vollständigen Nahrungsverzicht. Das ist das herkömmliche Fasten. Beim Intervallfasten hingegen geht es nicht um einen Nahrungsverzicht, sondern in erster Linie um das Timing der Mahlzeiten. Man versucht, alle Mahlzeiten des Tages in einem möglichst kleinen Zeitraum unterzubringen, um dadurch tägliche Fastenintervalle zu schaffen. Weiter verbreitet ist dabei zum Beispiel die 16 zu 8 Methode, bei der man alle Mahlzeiten innerhalb von 8 Stunden, beispielsweise zwischen 10 und 18 Uhr, zu sich nimmt und die übrigen 16 Stunden fastet. Das heißt, man kann alles, was man vorher auch gegessen hat, weiterhin zu sich nehmen. Man muss es eben nur in diesen 8 Stunden unterbringen. Dahinter steht die Erkenntnis, dass sich viele gesundheitliche Effekte schon nach einer Fastenzeit von ca. 12 Stunden einstellen, die wir aber blockieren, wenn wir morgens bis abends essen. Es gibt verschiedene Methoden des Intervallfastens. Die 16 zu 8 Methode ist nicht die einzige Möglichkeit, sondern man kann die Fastenzeit verlängern oder verkürzen, je nachdem, was sich am besten mit dem Alltag vereinbaren lässt. Wir nehmen die Methode hier aber trotzdem mal als Beispiel. Sagen wir mal, eine Person bringt alle Mahlzeiten des Tages zwischen 10 und 18 Uhr unter. Dann ist sie in diesem Zeitraum bei den Lebensmitteln und Getränken, die sie zu sich nimmt, überhaupt nicht eingeschränkt. Während man in der Regel gut damit klarkommt, außerhalb des Zeitraums nicht zu essen, ist natürlich die Frage, was kann man trinken, wenn man Durst bekommt. Und die Frage ist tatsächlich gar nicht so eindeutig zu beantworten, weil es davon abhängt, welche Form des Fastens man mit dem Intervallfasten kombiniert. Als extremste Form gibt es da das Trockenfasten. Wie der Name schon sagt, verzichtet man hier auf jegliche Form von Flüssigkeit, sogar auf Wasser. Trockenfasten sollte auf jeden Fall mit Vorsicht praktiziert werden. Es ist zwar eine sehr effektive Fastenmethode, das muss man sagen, es kann aber auch schnell gefährlich werden, wenn man dem Körper die Flüssigkeit, die er täglich benötigt, vorenthält. Besonders als Fastenanfänger. Dazu kommt, dass man das Intervallfasten ja täglich anwendet und somit auch produktiv und leistungsfähig sein muss, wenn man berufstätig ist. Und da kann man beim Trockenfasten gerade am Anfang eben eingeschränkt sein. Insofern empfehle ich auf jeden Fall so viel Wasser zu trinken, wie man möchte. Ausschließlich Wasser zu trinken wäre wieder eine andere Form des Fastens, das sogenannte Wasserfasten. Die meisten gesundheitlichen Wirkungen des Intervallfastens beruhen aber darauf, dass der Blutzuckerspiegel bzw. Insulinspiegel niedrig ist. Insofern können wir in der Fastenphase zusätzlich zum Wasser auch Getränke zu uns nehmen, die den Insulinspiegel nicht beeinflussen. Dazu zählt als allererstes Tee. Das ist also schon mal eine Erleichterung für diejenigen, die auf ihren Tee am Morgen nicht verzichten möchten. Tee können wir guten Gewissens uneingeschränkt genießen. Egal ob schwarzer Tee, grüner Tee, Früchtetee oder Kräutertee. Allerdings sollte man schwarzen Tee auf jeden Fall auch schwarz trinken. Also ohne Zucker und Milch. Egal ob Kuhmilch oder Sojamilch, das ist völlig egal. Es geht darum, dass Zucker und Milch den Glucosestoffwechsel aktivieren würden. Und das wollen wir in der Fastenphase eben auf jeden Fall vermeiden. Und auch von Süßstoffen sollte man absehen, weil die ebenfalls zu einer Insulinausschüttung führen können. Sehr beliebt neben Tee ist natürlich auch noch der Kaffee am Morgen. Beim Kaffee sieht es im Prinzip ähnlich aus. Schwarz, also ohne Milch und Zucker, ist Kaffee nahezu kalorienfrei, beeinflusst den Insulinspiegel nicht und kann daher auch bedenkenlos getrunken werden. Allerdings sollte man es mit dem Kaffee auch nicht übertreiben, denn das Koffein im Kaffee kann in hoher Dosis den Insulinspiegel triggern, auch wenn kein Zucker im Kaffee enthalten ist. Außerdem regt Kaffee als Aufputschmittel die Nebennieren dazu an, Cortisol zu produzieren, welches dann wiederum die Ausschüttung von Insulin stimuliert. Bei ein bis zwei Tassen am Tag muss man sich da keine Gedanken machen, aber viel mehr Kaffee sollte es in der Fastenphase dann eben auch nicht sein. Wo wir gerade schon beim Kaffee sind, möchte ich auch nochmal auf eine Sonderform eingehen, den sogenannten Bulletproof Coffee. Hierbei handelt es sich um einen Kaffee, dem Butter und MCT-Öl zu gesetzt wird. Deshalb ist auch klar, so ein Kaffee enthält eine Menge Kalorien und passt damit nicht in die Fastenphase. Man muss aber sagen, dass ein Bulletproof Coffee eine reine Fettquelle ist, keine Kohlenhydrate enthält und somit auch kaum Einfluss auf den Insulinspiegel hat. Dadurch können wir mit einem Bulletproof Coffee am Morgen das Fasten nachahmen und von vielen, aber nicht von allen, Vorteilen des echten Fastens profitieren, obwohl wir Kalorien zu uns nehmen. Und das ist natürlich gerade für den Einstieg in das Intervallfasten super, weil man durch das Fett gesättigt ist und dadurch eben auch keine großen Probleme damit hat, die Fastenphase bis zur ersten Mahlzeit zu überstehen. Dann ist natürlich noch interessant, wie es mit Säften aussieht. Auf Fruchtsäfte sollte man in der Fastenphase auf jeden Fall verzichten, weil sie Kalorien in Form von Zucker enthalten, gleichzeitig aber keine unlöslichen Ballaststoffe. Dadurch kommt es zu einem schnellen Blutzuckeranstieg, den wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Aber auch bei Gemüsesäften sollte man aufpassen, weil man über zuckerhaltiges Gemüse wie rote Beete oder Karotten auch schnell mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt, als man denkt und somit auch den Fastenzustand unterbricht. Das Einzige, was ich da empfehlen kann, sind frisch gepresste Säfte aus grünem Blattgemüse, weil hier wirklich so gut wie keine Kohlenhydrate enthalten sind. Wie sieht es aus mit kalorienfreien Softdrinks wie zum Beispiel Cola Zero? Hier ist es tatsächlich umstritten, ob solche Getränke in der Fastenphase erlaubt sind oder nicht. Einerseits liegt der Gedanke nahe, dass sie ins gleiche Schema passen wie Tees oder Kaffee, weil sie ja kalorienfrei sind. Andererseits konnte man bei einigen künstlichen Süßstoffen, wie zum Beispiel dem Aspartam, das ja häufig eingesetzt wird, eine Wirkung auf den Insulinspiegel nachweisen. Aber auch unabhängig davon sollte klar sein, dass es sich nicht gerade um die gesündesten Getränke handelt. Von daher würde ich sowieso empfehlen, auf Softdrinks zu verzichten. Ich hoffe, du weißt jetzt, was du beim Intervallfasten trinken kannst. Wenn bei dir noch eine Frage offen geblieben ist, dann schreib mir die sehr gerne in die Kommentare. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und abonnier auch diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.